Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Quant-Update-Video. Ihr habt es euch gewünscht, das letzte kam phänomenal an, das letzte Quant-Update-Video. Deswegen, neues Video, was hat sich seit dem letzten Mal getan, das schauen wir uns an. Außerdem schauen wir uns möglichen Kursverläufe an und blicken auch einmal auf den Quant-BTC-Chart. Weil da könnte sich auch einiges tun, beziehungsweise auf was wir achten sollten, das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Und wenn ihr Bock auf Unterhaltung habt oder die neuesten News, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten jetzt durch. Momentan traden wir bei Quant bei ungefähr 139,2 US-Dollar. Es hat sich seit dem letzten Video eigentlich wenig getan. Wir haben hier ein schönes W-Pattern gebildet. Ihr wisst, bin ich so Pattern-Freund trotzdem. Erwähnenswert ist es auf jeden Fall. Und wir haben das Golden Pocket hier weiterhin halten können. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es doch so stark hält. Ich habe eigentlich damit gerechnet, okay, wir holen uns vielleicht hier unten noch den WIC. Da haben wir ja drüber gesprochen, weil hier einfach sehr, sehr viel Liquidität liegt. Aber heißt nicht, dass es nicht da nochmal runtergehen kann. Denn wir befinden uns momentan an einer Hike-Dienststelle. Wir sind momentan auf dem Daily-Time-Frame. Ihr seht hier, wir haben uns diesen Bereich hier bei 136 US-Dollar auf jeden Fall schon mal gefischt. Waren mit der gestrigen Daily-Candle oder vorgestrigen auf jeden Fall hier nah dran. Und sind jetzt genau da drüber. Und darauf wird es jetzt meines Erachtens nach auch ankommen. Wenn wir hier wirklich einen Daily-Close drüber kriegen. Volumen spricht noch nicht wirklich ganz dafür. Also es ist noch ein bisschen fraglich, ob wir das wirklich schaffen. Sollten wir das schaffen, könnte auf jeden Fall auch hier so ein kleiner Short-Squeeze, so wie bei Bitcoin auf jeden Fall eintreten. Und wir haben dann erst einmal Luft bis hier oben circa 150 bis 162 US-Dollar. Dort hat dann so dieser Abverkauf begonnen. Das heißt, wir haben hier oben auch noch eine kleine Ineffizienz. Die zeichne ich hier mal in blau ein. Das wäre so der erste Weg hier, die 154, 162 US-Dollar. Wenn wir uns das Golden Pocket, also auch das FIP-Level von unserem High zu unserem Low hier bei 94 US-Dollar ziehen, wird dann der Bereich hier zwischen 176 und 182 US-Dollar sehr, sehr interessant. Wir haben zweit eine ordentliche Bewegung gesehen. In der Spitze 40 Prozent, wo es hier raufging. Trotzdem momentan sogar ein bisschen enttäuscht davon. Wenn wir so die Bitcoin-Bewegung sehen, diese Impulsivität, die fehlt bei Quant hier ein bisschen. Deswegen müssen wir jetzt hier mal wirklich diesen Daily Close abwarten. Kommen wir drüber, ist es echt sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal einen nächsten Move machen. Und nochmal die nächsten, was haben wir denn hier, ungefähr 10 bis 15 Prozent auf jeden Fall Upside-Move erwarten könnten. Und dann, wie gesagt, kommt es auf das 0,5er Fibonacci Retracement Level an, kriegen wir hier eine Rejection schon rein. Weil hier halt doch ordentlich Widerstand ist. Nicht nur kurzfristig, sondern auch aus der Vergangenheit sehen wir das hier ganz gut. Gut, wo wir hier im Februar drüben waren, also Februar 2022, hatten wir hier immer eine schöne Widerstandszone, aber auch Supportzone. Sollten wir hier rejected werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal zu neuen Lows gehen. Wir schauen uns das hier nochmal ein bisschen so in der Vergangenheit an. Also wie gesagt, hier dieses Level, wo auch die Ineffizienz kurzfristig liegt, wurde einerseits hier als Support genutzt, hier dann als Widerstand. Also hier kommt sehr, sehr viel Spannung auf jeden Fall rein. Das heißt nicht unbedingt, dass wir dann auch ins Golden Pocket rein müssen. Die Chance sehe ich momentan zumindest noch nicht. Wenn wir uns das Fib-Level, können wir uns ja auch mal ganz kurz den Spaß machen von unserem All-Time-High hier oben. Bei den, was hat man hier, 433 US-Dollar bis zum Low anlegen, haben wir natürlich noch phänomenal viel Platz. Also da ist noch bis zu 68 US-Dollar Platz. Aber wie gesagt, das ist das Übergeordnete und da muss ich jetzt erstmal Quant herausstellen, ob überhaupt die Kraft dahinter steht. Mit diesem momentan zumindest noch geringen Volumen hier wirklich so eine Rallye reinzusetzen. Deswegen erstes Ziel, 154 US-Dollar. Das wäre so das vorläufige End-Level für mich erst einmal. Auch aufgrund des RSI, der deutlich wieder überhitzt ist. Wir sind hier schon im 78er-Bereich. Wir können natürlich, wie wir es auch hier in dieser Bewegung gesehen haben, locker über 80 rüberkommen. Also nach dem RSI zu traden, sehr, sehr fraglich. Deswegen 154, erstes Level. Hier wird es interessant. Kommen wir hier drüber, auch mit einem Daily Close oder sogar Weekly Close, sehe ich die Sache deutlich entspannter. Und wir können hier locker Richtung 228 US-Dollar aufsteigen. Jetzt habe ich aber zu Anfang des Videos gesagt, wir sollten nicht nur den Quant-US-Dollar-Chart im Auge behalten, sondern vielleicht auch mal den Quant-BTC-Chart. Und da haben wir schon ein bisschen ordentlichere Bewegungen gesehen, nachdem wir auch hier unser All-Time-High bei knapp 0,01 BTC hatten. Ging es ein bisschen runter. Wir hatten jetzt perfekt Support gefunden auf dem 200er SMA, auf dem Daily-Time-Frame. Sieht schon mal gut aus. Trotzdem müssen wir dazu sagen, wir sind hier übrigens im Lock-Chart für alle, die das interessiert. Wir sind in einem Downtrend. Ganz klar ersichtlich, solange wir hier nicht drüber kommen, sieht es erst einmal ein bisschen bescheidener aus. Klar, wir haben jetzt hier so eine kleine Erholung am 200er SMA gesehen. Trotzdem, und da kommt natürlich auch wieder das FIP-Level zustande, dieses Mal von unserem Low zu unserem High ist das Golden Pocket nicht weit entfernt. Das heißt, auch hier spielt es so ein bisschen mit dazu, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Einerseits die 154 würde dazu passen, dass wir hier ungefähr nochmal diesen Trend hier oben bei den 0,007 BTC auf jeden Fall antesten. Volumenbasis sieht hier nicht wirklich gut aus. Auch weiter oben eher weniger, was wir noch abzufischen hätten. Aber sollte das so hinhauen, wie ich mir das vorstelle, dass wir hier den Trend nochmal antesten, dann ins Golden Pocket reingeben. Das Golden Pocket für mich der erste Anlaufpunkt und dann müssen wir mal gucken, wo Quant zu diesem Zeitpunkt steht. Würde dazu passen, BTC performt entweder noch ein bisschen aus oder wir kriegen die große Korrekturen, die Altcoins kacken ein bisschen näher ab. Würde zu Quant sehr, sehr gut passen. Ins Golden Pocket rein, hier ein bisschen konsolidieren, Support finden und dann Richtung neues All-Time-High gegenüber Bitcoin. Würde sehr, sehr gut passen. Auch wenn wir uns ein bisschen so die Vergangenheit hier ein bisschen angucken. Lohnt sich natürlich auch, wenn wir hier diese Linie einerseits ziehen vom Golden Pocket und dann in die Vergangenheit reingehen, sehen wir auch, okay, dieser Bereich hier einerseits Support, andererseits Widerstand, hier extremer Widerstand. Würde sehr, sehr gut dazu passen. Deswegen momentan, ich bin Quant noch ein bisschen, also kurzfristig, wie gesagt, die 154 ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Längerfristig erst einmal abwarten, ob wir, wenn wir hier nicht aus diesem Downtrend rausbrechen, mit einem schönen Daily oder Weekly Close, dann erst einmal nochmal Abfahrt Richtung 0,005 bis 0,0052 BTC. Gut, das war's zu meiner Quantanalyse. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Münsche noch habt, schreibt sie unten wie immer gerne in die Kommentare. Dann picke ich mir da den nächsten Altcoin raus. Und ansonsten, wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Das war's von meiner Seite. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.